Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play GTA 5, dem ultimativen Kartenspiel. Nein, wir sind jetzt hier noch auf dem Berg, wo wir letztes Mal Franklin gesprochen haben und müssen jetzt, wo müssen wir eigentlich hin? Wo müssen wir eigentlich hin? Wir können Michaels Haus, können wir gehen. Hier können wir ins Federal Investigation Bureau. Fahren wir jetzt auch hin. Geradeaus, Karo ist eh schon kaputt, da kann man aber dagegen fahren, bam. Nur dafür sieht es aber noch gut aus, dafür dass ich so spitz dran geknallt bin. Schauts noch gut aus. Allerdings, wenn hier irgendwo ein schönes Auto steht, nehmen wir natürlich das. Was? Kommt ihr, Alter, machen wir mal. Machen wir so. Obwohl, kaum Munition, machen wir lieber so. Ja, wir wollen jemanden umbringen. Ist die Alte jetzt weggerannt? Weil ich die umgestummt hab? Weil ich kenne die Mission. Da kommen ja eigentlich hinten überwaffene Leute rausgerannt. Weil ich kann jetzt sagen, nur weil ich die angeremmelt habe. Das Gute ist ja, ne? Dass die sogar stehen bleiben. Wenn man da hier das Auto klaut. Oh, der Typ geht mir jetzt auf den Sack. Den nehmen wir mit. So, immer schön überfahren. Damit der hier seine Auto nicht zurück will. So, ich glaub, okay. Das haben wir dann erledigt. Halt schon ganz schön was aus, so digitale Körper. Wenn man da mal ein Burnout drauf macht. Äh, da muss ich lang. So, wir müssen jetzt hin zu diesem Büro. Federation, äh, federal, bla bla bla. Müssen wir jetzt hin. Das ist ja dieser Polizei, Heine. Also, so viel haben wir von der Story, haben wir jetzt mitgekriegt. Das wir im Prinzip, ähm, mit der Polizei ein bisschen zusammenhängen. Ähm, allerdings. Jetzt nicht so, dass wir jetzt für die Polizei arbeiten und so undercover oder sonst was sind. Sondern wir sind eigentlich schon die Bösen. Haben wir irgendeinen Deal mit dem Bullen gehabt. Wie dieser Deal natürlich aussah, weiß ich selber noch nicht. Das werden wir mit der Zeit dann noch mitkriegen. Halt, falsche Einfarbe. Mensch, da steht, stell das sich einfach auf die falsche Farbe nennen. So, mein Schild. Noch ein Schild. Noch ein Schild. Man könnte mal eigentlich kein Auto fahren, oder? Oder was meint ihr? Nein! Oh, das war knapp. Das war knapp. Weil, das stimmt, mich die Bullen. Wenn ich die angerempelt, dann hätte ich hier... Ist egal, ne? Ich kann um den Bullen herum alles platt machen, was ich will. Aber wenn ich die Bullen anrempel, wissen sie sich auf. So. FIB. Hey Michael. David. Oh, ist das schön. Du hast mir gesagt, dass wir double-daten sind. Sorry, Leute. Das ist ein Barsch, der Liebe ist all mine. Haha. Brilliant. Steve Haynes, amigo. Aber du wahrscheinlich schon wusste das. Sorry, dein Name Tag muss aufhören. Oh, da. Ich liebe es. Ich muss mich daran erinnern, dass du das in die Hände bist, dass du wunderschön. Oh, du wunderschön. Das ist ein Fehler. Ich habe es nicht, Cupcake. Warum hältst du deine vollständige Sprache bevor ich die vollständige Windpip? Die Sprache stopt jetzt, Freund. Du zeigst mir und meine Team etwas Respekt. Vielleicht kannst du eine Team definierst für mich definierst. Ist das nur die drei von dir? Oder der größere FIB? Oder der gesamten Regierung? Weil ich versuchte, dass in diesem Fall, wir haben viele von deinen Kollegen gezeigt, ein ganzes Respekt. Und warum darfst du mit mir anfangen? Genie. Du hast es. Wir bekommen die Ente, dass sie den Mr. K. auf der Städte der Städte. Ich habe einfach mit diesem Mann. Die Städte der Städte auf die Frage, wegen de deine Moronischen Antik, auf der Körner's Office. Wir brauchen ihn raus, bevor er blabbt. Ich habe das, was Agent Norton sagte. Dann denke ich, dass du mit einem alten Agenten auf der Städte der Städte der Städte war dein erste Fehler. Du bist mein Junge, mein Junge. Meine Karriera betrifft auf das. Und das ist sehr wichtig für mich. Also, dass wir jetzt alle Junge sind, das macht es wichtig für dich. Ich steige in Dave's Auto. Kaum ist das jetzt alles wieder ein bisschen rausgekommen, woher sollen wir jetzt auch noch die Drecksarbeit für die Bullen machen? Ja, sicher. Das klingt schön und sekludiert. Das ist der typische Ort, wo du aus der Bücher-Operation schläfst. Also was? Also, ich bete, dass das Federal nicht auf der Städte ist. Das ist so. Und wir alle lieben, dass unser Federal-Gewerber offen und transparent ist. Ich habe überhaupt keine Probleme. Nein, ich habe keine Probleme. Ich habe keine Probleme. Ich habe keine Probleme. Einfach mal umgerannt, die Alte. Begib dich zum Treffpunkt. Und zwar in 3, 2, 1 und ab die Post. Und du hast mich dumm angeguckt. Ja, sie rannt schon. Heu, heu, heu bin ich ein bisschen mies drauf. So Frank, halt. Da lang. Muss ich jetzt wunden? Ich muss da lang. Das ist passiert. Ich brauche Sie nach einem Ort von El Rancho kommen, nicht weit von dem wir haben. Okay, das ist cool. Ich bin in L.S. anyway. Jetzt, Trevor Phillips. Oh, du bist verrückt. Ich hab ihn nicht. Ich dachte, du würdest das sagen, so haben wir ihn geholfen. Das ist ein dumm move, Dave. Real fucking dumm. Just worry about the plan, okay? Wir holen Mr. K. aus der IAA Station. Ich bin in L.S. Ich bin in L.S. Ich bin in L.S. Ich frage mich, wie kontrollierbar und diskreter er wird, wenn er den Mann, der mich töten hat und Brad in den Jail setzt. Da. Da ist anscheinend gute Reifen drauf, du. Jetzt. So geht doch. Du wolltest unbedingt, dass ich das Auto fahre, Alter. Vor allem juckt das. Jetzt fährt der andere da hinten mit den Reifen los, geil. Schade, ich sehe das nicht mehr. Jetzt hab ich das nicht gesehen. Schade. 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 Das ist Franklin. Der Sonn. Ich wollte ihn immer. Okay, Leute, hör mal. Das ist die Schade. Ich werde alles die Hälfte auf diesem Job machen. Okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and we're gonna walk away from this thing clean. Got it? I gotcha. And we do this. And they help us bring Brad. Yeah. We'll talk about Brad later. All right? I gotta change. You better grab a head start. Nice to meet you, Homie. Yeah, whatever. So, jetzt. The government gimp at last. Eh, bite me. Let's go. We're gonna fly. Oh, ich flieg so gern hier in dem Spiel. All right. Let's do this thing. We need to go to the agency headquarters, downtown. So. Was? So, irgendwas was ich aktivieren kann? Nein. Dann starten wir mal. Your new friends are a riot. The one that you said sayonara on your old crew. Walking away ain't easy, Trev. Sometimes I get to the family of my life. What happened to dying with a gun in your hand? Life happened. Annoying wife, two kids. Remember them? You get tied down? You can't move anymore. What about your ties to me? To Brad? Those ties are why you got roped in on this FIB-instigated suicide pact. For as long as it keeps me amused I am. I ain't exactly sure it's gonna be amused. We'll see. You know, you had me at suicide pact. I'm going in on the west side of the tower. Get us in position. I'll drop. We need to get closer to the base of the tower. You fuck around while I'm out there. I'll climb back up this rope. And strangle you with it. Yeah. Get down. 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 Keep going. Get down. Keep going. Keep going. Get down. Next I'll have this thing so far up your ass. That yourcuses will be playing shadow puppets. Oh, oh, oh. Oh, oh. You think we can't do that? We can. It's in our guidelines. I don't know what are you talking about. I ain't stopped. Ich drück Arm um das durchs Fenster zu brechen, jetzt möchte ich jetzt mal eigentlich schon ganz ganz sehen was die macht. Die haben es leider mitgekriegt. So, zu Franklin wechseln. So, immer schön Headshots hier. So, jetzt wollte ich nochmal wechseln zum Michael. So, jetzt hoch, komm. Oh, da kommt noch ein bisschen mehr. Komm, schieß. Ich hab den ersten Umschrauber mal runter geholt, wo sind die anderen? So, ich wär aber dafür mehr zu fliegen. Oh, da nehmen wir mal einen Michael. Okay. So, der erste Umschrauber geht down von dem. Boah, voll kollidiert hier, saugeil. Komm. Gibt es noch eine andere Waffe? Nee. Komm, runter. Dann kommt uns zurück zum Absicht. Das ist eine Stadr厲beer Airport, Leiter! Hey, Frank! Sie haben ihre Augen nach dem Glut. Ihr könnt ihr aus. Wer sind die Leute? Das geht nicht. Sie sagten, wir sind nur die Regierung. Ich mache ein Zuhause. Warum machst du mich? Hey, dachse noch. Ich bin ein Freund mit dem Büro. Sie erklären, alles. Du hast mich geholfen! Danke! Danke! Don't mention it! Der Büro! Der FIB! Sie werden alles gut machen! Ich bin sicher! Keine Angst, sie werden nach dir schauen! Die Dinge die Leute haben mich getan! Ich bin ein Amerikaner Bürger! Ja, aber das scheint nicht zu viel interessiert! Ja! Kann er gescheit zielen! Geht das hier überhaupt? Ha! Entschuldigung! Ich wollte das einfach mal machen! Was? Am Treffpunkt gab es Ärger deswegen? Wat? Ach, ich weiß nicht. Ich hab irgendwie Bock gehabt beim Besuch umzuschießen. Erneut versuchen. Was passiert jetzt? Wo müssen wir starten? Entschuldigung. Ah, okay. Fliegen. Einfach nur zum Treffpunkt fliegen. Ja, wenn es dann weiter nichts ist. Wo fliege ich einfach mal? Ich glaube, ich bin nicht so gut, wenn man mir eine Waffe in die Hand drückt. Das ist nicht wichtig! Sie sagten, dass wir Regierung waren! Ich mache Haustheater! Ich bin nicht ein... Ich weiß nicht, wer du bist! Warum machst du mir das? So, da ist dann die... Die Base. Erstmal ein bisschen bremsen hier. Wenden. Komm, ich bin aus dem freien Lande direkt neben euch. Komm, ich bin aus dem freien Lande direkt neben euch. Oder hätte ich... Gibt es hier eine Markierung? Weil hier gibt es echt eine Markierung. Noch mal ein bisschen zurückfliegen der hier. Da ist die Markierung. Da ist die Markierung. Let's go! Wo sind wir? Geh einfach, Junge. Danke! Oh mein, du schaffst mich! Hey, hey! Huh? Nein? Nein! 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 Okay, jetzt gehen wir! Ich werde jetzt aus dem Fakten gebraern. Haha! In beden mit dem Büro und einen neuen Sparber-Fan. Ja, er ist eher ein Protagier. Ja, was? Du will ihn be学ierst vor ihrer Zeit sein? Ja, ich habe nie zu werden. Und das finde ich ein gutes Kind. Michael, schau mal an das, eine neue Stadt, neue Probleme, aber die Idioten, sie bleiben das gleiche. Ja, ich glaube. All right, Trevor, ich will dich später. Oh, du musst es glauben, buddy. So. Bestanden. Ja? Kam jetzt keine Anzeige? Okay. Dann nehme ich jetzt mal das Auto hier hinten. Und? Bestanden, da steht's. Drei sind eine Gruppe. Okay. Was ist das eigentlich für ein Auto? Gasspeciliist. Okay. Gut, dann würde ich einmal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.